Norven und Fasten-Norven zusammen! Jede durch Jut? Jut! Wahnsinn, die Stimmung hier. Ja, wir freuen uns auch noch um diese Uhrzeit mit euch Karnofiere zu dürfen und zu kündern. Und ja, wir sind schon jetzt länger ungern gewesen. Jeden hat immer ganz so flüssig. Wir sind noch ein bisschen am überlegen. Was sagen wir, wenn wir den ganzen Tag... Warte, du weißt mal, wie Gott nur sagen soll. Ja, dann ist es so. Weißt du noch ein Zimmer? Ja, ja, ja. Ja, wir möchten mit euch den Fasten-Lorven-Fieren... Warten Sie einen Moment. Wir möchten mit euch den Fasten-Lorven-Fieren, so wie sich da die Kölle gehört, und kostümiert, jutlaut und mit jans viel Humor. Und... Upsala, jetzt haben wir noch den Faden verloren. Ja, sie hat. Wir wollen mit euch den Fasten-Lorven-Fieren, und haben ganz getreu unserem Motto. Mit Sonne, Schinken, Hetze, ja und mir auf alle Feste. Gut, und sind alle mit dabei, dort mit uns Hüppe, Tanze, Springe, so wie jetzt sich gehört, im Köln'sche Fasten-Lorven. Alla! 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 Lasst uns den meisten Ausrufen auf uns Faden, die Stadt Köln-Lorven-Fieren, der Fasten-Lorven-Lorven-Kölle! Alla! 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 Das war die Frau Nürnberger. Nürnberger nach vorne. Nürnberger nach vorne. Nürnberger nach vorne. Nürnberger nach vorne. Ja, leider. Nürnberger nach vorne. Anschliess! Nürnberger fliersch. Gute! 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 Bistau! Und ziehen wir sompline her an! Gute! Gute! Schau mal, wie Sound er ist! Aber nur euch! Schau mal! Mard bist du.. Bitteschön! Juhu! Juhu! Halla, Halla! Eingestirn! Halla! Auf Sonnenschein! Halla! Auf Billion! Ja, vorhin die richtigen Worte auf Sonnenschein. Das wird schon schön, wenn es einfach nur durchgeblieben. Dann haben nämlich die Benz und die Garnemalsjacke, die an der Zündung stand, dann haben die jetzt gefunden und die ganze Jacke, die oben auf der Ware drauf stand und dann für ein bisschen Freude und Vergnügen, wurden die Garnemalsjacke, die Omen am Zugrand schon, die Hand anbockt. Dann werden alle zusammen Spaß. Und ich schliff, das ist das, was wir hier im Karneval vier Euro 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 kostet und uns Großhof Vertreiber von Herze Köhle! Halla! 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 Sehr zufrieden, heute. Juhu! Juhu!